Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play bei Shock Infinite. Im letzten Part sind wir hier angekommen, haben jetzt Bisschen Probleme gehört Wir machen uns mal auf den Weg in die Richtung wo wir hin müssen, den wir hier ziemlich viel erkundet haben So, nervt mich mal da oben nicht Ein Schild hält wirklich viel aus inzwischen So, hey ihr beiden Kraftvolle Gegner Hey du, komm es sich gut um dich selbst, das ist schön Hier sind immer noch Gegner, wenn ich das richtig höre Getötet durch die ganzen schönen Freunde Sorry Kopfschuss für Anfänger Souvenire ist inzwischen weg Sale Das Mülltonne, ich habe eine Mülltonne übersehen Da ist ein Kuchen dran, lecker lecker Absolut lecker Und natürlich müssen wir in den Ort wo wir nicht waren Und zwar Die Horn of Heroes Die ist übrigens zu, wenn da nichts ist Da ist nicht wirklich was drin, was ich bräuchte Karabiner, das dürfte noch reichen Hey, danke für die Münze Ich warte auf einen ganz bestimmten Automaten Hall of Heroes Bis auf weiteres geschlossen Dann müssen wir nicht Schlange stehen Ja, dich habe ich gesucht Krähenfallen Hilfe Ob von Killer Krähen zu Krähenfallen werden Kaufen Teufelskuss ist natürlich auch cool Aber jetzt haben wir noch ein verbessertes Elektrizität Von unseren Dingern Knopf drücken Damn Sing Price to the Songbird Eine Biene Okay Sicherungskasten untersuchen Hm Hm Eine Biene Ich hasse diese Viecher Oh man, dann erschlag sie Nein, sie sticht mich Elizabeth Ich habe eine bessere Idee Ich öffne einen Riss Scheiße Was ist das? Das ist ein Riss In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet Was ist ein Riss? Sowas wie ein Ein Fenster Ein Fenster zu einer anderen Welt Meistens sind diese Welten stinklangweilig Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee Aber manchmal Manchmal sehe ich was Tolles Und das ziehe ich dann raus Hier Grundgütiger Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht Aber da Da Ist etwas, das ich Oh nein Schließ ihn Ich versuch's ja Schließ ihn Wow Der Song gehört Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe Aber Mir kam es vor wie der kürzeste Weg in den Tod Aber ich könnte helfen Ich komme sehr gut allein zurecht Glaub mir Bitte, ganz wie Sie meinen Okay, ich bin sofort wieder da Okay, und weiter geht's Tin In Himmel beugte Comstock das Knie Und sah in seiner Prophetie Ein Eben schweben dort im Dunst Von der Welt verleugnet Doch mit des Himmels Kunst Schock Auch wenn hier irgendwie ziemlich viel gemalt ist Schrotflinte? Nö Könnt es sich natürlich lohnen Schauen wir mal hier rein Hey Danke Das hat mich jetzt doch ein bisschen irritiert Ich dachte nicht, dass er ganz so nervig wäre Außerdem sollte ich vielleicht ein bisschen mehr reden Sonst ist es kein Let's Play Sondern ein Playthrough Und das wäre ja dann langweilig, oder? Der liegt ganz schön auf dem Kreuz Schade, dass sie nicht so genau gelandet sind Wie beim letzten Mal Der hat nämlich da einer so ausgesehen Und der andere ist hier oben, glaube ich, drin gesteckt Das war wirklich genial A Discret Wigger Possession Checken wir mal hier lang Aber erst mal kurz da rein und schauen Gut Irgendwas drin? Nö Warum wollten die sonst Fink heißen? Wie Schmutzfink, oder? Aber anders sehen wir nach Frauenklo aus, da Weil hier stand nichts von Frauenklo Oder? Nö Ist auch egal dazwischen Hier ist ja kein Mensch Was gibt's auf der Seite hier? Hm Möglicherweise was Interessantes Oh, mittleres Halse, danke Sorry, Leute Und wir haben zwei Gauner auf 30 Schlösser knacken Schön Wow, 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 wow Das war Stimmt, natürlich ist das Ding immun gegen Creme Oh Was haben wir? Mantel der Leiden Ausrüstung anlegen Mehr Muni von Gegnern Nice Gesundheit sind wir schon voll Das Schild hilft schon richtig Weil wenn fast so selten in ein Gefecht kommt Das wirklich mehr Zeit kostet Ich war 40 Jahre lang Soldat Und jedes heidnische Land, in dem ich war Hat seitdem weniger Einwohner Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst Bis jetzt Kommstock Er stellt meine Kämpfe Als Mummenschanz dar Und geriert sich selbst als Strahlender Held Ich habe ihn damit konfrontiert Und er degradierte mich Dieser Mann Hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen Bis jetzt Hm Munition für Karabiner Mach mal ein Entschloss, dass ich nicht öffnen kann Weil ich keine 5 Lockpicks habe Hm Ich erinnere mich, dass ich beim anderen Durchgang Hier genügend hatte Ich weiß auch, dass es Oder war das hier schon Oder war das eins später Hm Egal, egal Hilft ja nix Wenn es sich nicht öffnen lässt Dann halt nicht Ah, nö Es kann sein, dass ich die auf dem Rückweg hatte Oh Das ist eine interessante Sache Die haben wir schon mal verwendet Wer sich dran erinnert Auch wenn es damals weniger Blut in den Adern Und so drumrum war Auch wenn ich mehr der Krallentfern bin Hm Bronco, aber ich bin mehr der Fan von dem Zeugs hier Und wenn wir zuschlagen Erteilen wir Cornelius Slade Eine Lektion Das haben wir Wund Ihr alle habt Slade für eine Art Kriegs Bam Oh, sie sind Sie haben sich ausgelöst Nice Cool Das heißt, wenn die sterben Erzeugen die mehr von den Fallen Was ist eine Krähe? Ah, da oben Zum Teufel, von wo werde ich angegriffen? So Hey Ich kann es nicht leiden, wenn ich Wenn ich Angegriffen werde Ach Killer Krähen ist natürlich die Krähe immun Das wundert mich jetzt natürlich nicht Ah, das war cool Man schaut einmal die Krähe rein So Die Krähen nerven Okay Feindlich Wenn ich so drüber nachdenke Diese Risse können schon nützlich sein Wenn es wieder mal eng wird Naja Es muss aber ein Riss da sein Damit ich ihn nutzen kann Ich kann die nicht einfach machen So Geledigt Wie viele hier überall diese Krähennester sind Das ist so cool Schauen wir uns mal um Was es hier alles gibt Oh, noch mehr Salze Die kann ich gut brauchen Man weiß ja nie Habe ich jetzt wirklich irgendwas gesagt Wenn wir gekämpft haben Oh Gott Hey, ich habe es gefunden Codebuch nehmen Oh Ein Codebuch für eine Chiffre Eine Geheimbotschaft der Vox Populi Geheimcodes? Die Chiffre müsste hier irgendwo sein Ich weiß, dass sie hier ist Weil ich beim letzten Mal Zuerst die Chiffre gefunden habe Und dann den Hint gefunden habe Wo dieses Ding überhaupt ist Wenn man da ein bisschen rum sucht Findet man die Sachen Okay, schauen wir uns mal hier durch Dadadadadadadadadadud Wer sind die Wachs Populi? Mit Produktion der Kolumbia Irgendwas Unzufrieden, die unsere Lebensart hassen Die wollen, was euch gehört Ohne Arbeit, ohne Herkunft Kommt zur Fliegeinheit Verteiligt Kolumbia Ende The Word of the Prophet. Nice, oder? Wie freundlich die Leute wieder abgestempelt werden. Hm, ich könnte Magazinvergrößerungen machen. Ich könnte Schadensbus für den Karabiner kaufen. Nein, ich habe da einfach nicht genug Geld. Schadensbus für die Pistole, das könnte sich lohnen. Sonst kann ich mir nichts leisten. Aber hier ist nochmal ein bisschen was. 40. Ein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Mehr Geld. Danke. Für die Münze. Huh, das war gar nicht mal wenig. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die die hernehmen. Schadensbus für das Maschinengewehr. Die anderen kann ich mir alles nichts leisten. Schade. Benötigt drei Lockpacks? Ich habe keine drei, ich habe nur zwei. Mann. Das gibt es doch nicht. Ich brauche einen dämlichen Lockpick. Ich weiß, wo es welche gibt, aber... Aber das will ich jetzt eigentlich nicht vorgreifen. Wir werden mal ein bisschen einfach so erkunden. Tickets. Schauen wir mal nach oben. Ob es da oben noch irgendwas Wichtiges gibt, wenn wir Kunden nochmal umschauen. Vielleicht übersehe ich irgendwas Wichtiges. Hm. Naja, schauen wir einfach mal nach oben. Why not visit the following Traveller-Cup? Hopp. Hm. Versuchen Sie die Hall of Heroes! Und lernen Sie das bald neue Schock-Jockey-Kennstelle! Ja, ja, Schock-Jockey haben wir inzwischen noch genug gehört. Gott, er schafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf. Durch die Gesandtschaften in Peking. Und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slate mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, Ja, Sir, die bin ich. Und Slate sagte, Dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Mh-hm. Munition für Karabiner, danke. Also wissen wir, dieser Slate ist schon sehr wichtig. Gewesen. Gut. Checken wir mal den anderen Laden aus, der noch auf der anderen Seite ist. Und überall sind diese Krähen, die finde ich so irritierend. Jetzt wirst du schon... Ah, das ist... Was ist das? Was das für eine OP-Waffe dadurch ist? Weil die nicht auszulösen, ist sau schwer jetzt. Dieser Schlangenöl-Schachada. Was ihr heute erlebt habt, Genossen, war erst der Anfang. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen, und seine Goldgösten werden schmelzen, und in Bächen durch die Straßen Kolumbias rinnen. Okay, das war mal die Gegenpartei. Hm. Hier müsste doch irgendwo mal irgendwas Sinnvolles sein. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Ich habe aber erst noch was anderes aufgehoben. Und zwar einen der Schließdinger, die ich gebraucht habe. Hier ist nix. Irgendwo was. Außer Munition. Hm. Wort Salzen, die ich nicht brauche. Nö. Oh. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow-Traveler geschmuggelte Waffen versteckt wären. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Bodendealen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind sie Swade, ja? Sir! Die Waffenblick! Hast du das gehört, kommst, Doc? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Hm. Okay. Bucca, hier. Das ist es, was das Codebuch dechiffriert, bestimmt. Hm. Mal sehen. Hut ab für die Vox. Hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Hm. Übrigens, hier sieht man, wo dieses Ding versteckt ist. Das Buch. Das war der erste Hind und schauen wir uns mal an. Hm. Waschbecken, Toiletten, alles mögliche. Hut ab für die Vox. Ein Hut. Oh. Guter Tipp, der Hut. Allerdings. Hat mich beim letzten Mal auch nicht so lange gedauert, gekostet. Man muss halt nur wissen, oder man braucht halt den Tipp dafür, glaube ich, dass man das macht. Ansonsten kriegt man, kann man die nicht anklicken. Glaube ich zumindest. Hey, Voxifon. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht sie wie Columbia vom Himmelsherren. Jeder hat einen Traum. Teil ihrer Welt sein. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein. Ihrer Politik. Ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Okay, da haben wir, glaube ich, einen Teil von verpasst. Schildinfusion. Yeah, noch mehr Schild. Für uns. Langsam werden wir unverwundbar. Fehlt dann noch Gesundheit und Glück und gute Laune. So weiter und so fort. Schlimm, wir finden ja jede Menge Munition. Aber ich bin trotzdem noch bei dem. Daher ist es was super cool. Ich werde euch noch zeigen, warum, aber... Na ja, nehmen wir es mal mit. Schauen wir mal noch um, ob wir noch was anderes übersehen haben. Schienengewehre. 1918. Vox Populi. Genau, Vox Populi, nicht Vox Boss, wie ich letztens gesagt habe. Noch irgendwer übrig? Ich weiß ja nicht, wo hier jemand sein will. Ohne meine Krähen auszulösen, meine ich natürlich. Die dann wieder Krähen produzieren. Ist ja nicht so, als wären hier unendlich viele oder so. Die sind effektiv. Die sind effektiv. Okay, was wir in dem verschlossenen Bereich da hinten finden, werden wir im nächsten Mal sehen. Bis dahin, viel Spaß. Hier, Leute. Bye, bye.